Jo, meine Kartoffelfreunde und willkommen zurück zu SUGA! Nein, das werde ich vorhin daran nicht wegschneiden. Wir gehen jetzt direkt in die Höhle. Vorsichtig. Wo war das? Das war hier, ne? Der Eingang? Ne, der war nicht da. Gut, das fängt schon wieder gut an. Du leckst leicht bei mir. Du hast ne, guck mal, dummer Tab, deine Verbindung. Meine Verbindung ist gut bei mir. Ich hab den Waypoint noch. Du hast nicht wirklich einen Waypoint gemacht. Doch, ich hab einen Waypoint gemacht. Du weißt, dass es da hinten nach oben geht, ne? Ja, wir müssen hier runter. Ich kann nichts dafür, dass ich Eltern habe. Wo bist du? Schon runtergegangen? Da bist du ja. Es ist gut, wie man den Insider kennt. Oh mein Gott. Okay, ähm. So, wo lang? Warte, ich mach die Sounds. Ne, die sind richtig. Okay, da geht's nicht runter. Wir hätten uns jetzt einfach die Koordinaten aufschreiben können, nach denen laufen können. Aber es wäre halt sehr unkomfortabel. Wir möchten nicht auf den Komfort verzichten. Wie wär's, wenn wir uns erstmal ne Spitzhacke machen? Ich hab ne Spitzhacke. Ja, aber ich hab nur noch eine mit, mit ein bisschen. Ja, dann machen wir die unten ein. Ich will erstmal weiter nach unten, weil dann die Wahrscheinlichkeit nochmal geringer ist, dass die uns direkt finden, weil sie uns sehen sollten. Ich glaube, ich hab grad... Ich weiß nicht, ob ich da unten grad nen Namen gesehen hab beim Waypoint. Ohne Scheiß jetzt. Kann doch sein, dass das ein Block war, den ich... Sneak dich einfach permanent, bitte. Ja, wo kommen wir denn hier runter? Ich weiß es nicht, du hast doch nen Waypoint. Ja, also der Waypoint ist da hinten. Da ist ne Fackel, da ist die Fackel. Warum sneakst du dich nicht? Weil ich schnell bin. Ohne Scheiß, ey. Wenn die uns vorher gesehen haben und wir denen jetzt in die offenen Arme laufen und du von mir wegrennst... Ich fick die eh alle. Das ist geil. Ich bin Profi. Ja, wenn die voll enchanted sind oder so. Ja, genau. Hinter diesen zwei Zombies. Du weißt, auf jeden Fall wir aufpassen müssen, ne? Ja, hinter diesen zwei Zombies auf jeden Fall. Die sind weit genug weg. Sicher, dass es da lang ging? Ich bin relativ sicher, dass es da nicht lang ging. Ach ne, wir müssen einfach in das Loch runter. Warte. Ja. Guck mal, er hat nen Hut auf. Oh, wie süß. Mhm. So. Wir gehen links rum. Hab ich gehört. Alter, der ist ein Enderman. Jaja, deswegen. Boah. Okay. Tju. Tju. Ach komm, YOLO. Nein. Haha. Also irgendwie... Ne, hier gehts auch nicht weiter runter. Ne. So, warte. Hallo Zombie. Da, da müssen wir runter. Wo der Enderman ist. Ja gut, dann stirb halt. Du scheiß Pseudo Enderman, komm jetzt. Du hättest ihm auf die Füße schlagen sollen. Ja, ich weiß, ist mir auch grad aufgefallen. Hast du das so hin gebaut? Okay, das Werk. Okay, das Werk. Das waren wir doch nicht hier, oder? Ja. Also es reicht, wenn du erstmal in die Richtung einfach machst. Wir sind doch auf Höhe... 45. Wir müssen erstmal nach unten, oder? Sowieso. So. Okay, du craftest dir da oben was? Ja, ich hab mir das Ding ganz gemacht. Okay. Was hast du dir gemacht? Die Spitzhacke. Okay. Spitzhacke. Hast du Fackeln? Ja. Ja. Okay. Sehr schön. Ich hab mir schon überlegen, ob wir jetzt einfach sagen, da müssen unsere Zuschauer halt leiden. Das hier ist ein PvP-Projekt. Aber so Asti will ich jetzt mal nicht sein. So. Es ist halt voll traurig, dass wir jetzt doch eigentlich genau das machen, was ich eigentlich nicht wollte, nämlich farmen. Aber da haben einige schon recht, weil wir haben jetzt gehört, wir dürfen ja auch reinhütig die Folgen gucken, aber hatte ich jetzt noch nicht Zeit dazu, das bei wir haben, oder so, dass jetzt einige scheinbar schon kurz auf dem Weg sind, äh, kurz davor sind sich in Charter zu machen, also schon Dias haben und alles. Und das Problem ist halt, gegen, äh, ohne in Charter werden wir nicht herumkommen. Auf jeden Fall nicht. Das ist das Blöde. Weil, wir können noch so gut sein, wenn einer alles, alleine schon wenn einer alles auf Level 1 hat. Ich mein, ein Sharpness 1 Eisenschwert ist schon genauso gut. 1,25 besser. 1,25 besser als ein Diamantschwert, das ist einfach krank. Und dann noch die Protection 1 Rüstung, wenn man alles noch auf Protection 1 hat. Das macht schon eine Menge, Menge, Menge aus. So, guck mal, wir sind hier woanders, glaub ich. Aber hier, ne, ich glaub, hier waren wir schon. Da unten ist Lava, da müssen wir aufpassen. Mhm. Boah, hier ist noch Eisen. Das ist Skelett, pass auf, dass da nicht reinhaut. Immer. Ja. Alter, da oben ist was. Steht da oben ein Gegner? Oder was ist das? Ich hab keinen Zoom. Wo ist die Gegner? Ach, das ist so scharf. Oh Gott, ich hab mich, das war das Schaf. Ich hab eben so komisch geguckt da nach oben, ey. Ohne Scheiß. Ich flute mal den See, ne? Kackscharf. Er macht das, aber da wirst du eh nix finden. Wenn nicht, fang nochmal von vorne ans Trip zu meinen. Oder da hinten war ja eh nix. So, warte. Ich mach hier jetzt ne Fackel hin. Und guck mich mal hier ein bisschen durch. Guck mal hier, der Lavasee geht auf jeden Fall weiter. Ich denk mal hier in der Nähe sind irgendwo Diamanten. Okay. Da ist irgendwas an. Hier ist das Eisen. Okay. Aber wenn nicht, fang ich jetzt einfach mal an. Mich gleich in die andere Richtung. Ich fang, ich fang, ich fang mal in die Richtung. Okay. Also die Höhe ist in Ordnung. Wir sind elf. Dann, pass auf. Ich grab mich jetzt ein paar Blöcke nach links. Und dann werden wir uns halt immer ein bisschen sehen. Aber egal. Warte. Noch ein bisschen. Ich kann noch ein bisschen weiter. Boah. Alter. Pass auf. Hier ist Lava beim Eisen. Ja, ich sehs. Okay. So, ich grab mich jetzt einfach ein paar Blöcke weiter links in die Richtung. Dann sollten wir uns eigentlich immer, wenn wir so zwischen Blöcke abgraben, sollten wir uns irgendwie immer sehen. Ja. Ein paar Blöcke. Ja. Hallo. Na, hallo. Ich hab keine Fackeln. Ich müsste mir jetzt ganz schnell mal Fackeln machen. Du hast genug Holz dabei, oder? Warte, ich geb dir mal die Hälfte. Ich hab 42, dann kriegst du 21. Bitteschön. Ach so, Holz meinst du? Ja, unverarbeitete. Du gibst mir Fackeln, ey. Nee, nee, das ist nur das unverarbeitete Holz, oder? Ja, gut, dann muss ich mir jetzt erst noch Sticks machen. Hier ist Eisen. Boah, ich weiß nicht, was ich wegschmeißen soll. Das kann ich wegschmeißen. Ja, die Pferde Diamantenrüstung auf jeden Fall. Nee, die schmeiß ich nicht weg. Ohne Scheiß, wenn wir Pferde finden mit dem Satz, das wäre eigentlich leicht geil. Weil halt, wenn man auf dem Pferd sitzt, dann trifft man halt immer eher das... Okay, hier ist einfach ein Höhensystem. Hast du eins gefunden, oder wie? Ja. Renn doch ein bisschen ab. Hier ist Redstone und ich glaube... Warte, hier ist ein großer Lavasee, so wie es aussieht. Ja, warte, komm mal zu mir, grab dich mal ein bisschen in meine Richtung. Yo, hier ist noch Redstone. Nee, hier ist nix bei dem Lavasee, schade. Okay, dann mach ich hier weiter. Ja, mach das mal. Hier ist bei mir auch Redstone. Boah, ich hab mich grad schon gefreut, es war wieder nur ein Emerald. Okay. Das ist echt scheiße. Ich frag mich, ob die anderen Strip meinen, oder nicht? Schreib's uns mal in die Kommentare, falls ihr das wisst. Dann müssen wir uns nicht alle Folgen angucken. Oh, Achtung, da ist ein Lavasee bei dir. Nochmal. Du, du den grad mal. Ich hab mich einfach mal so ein bisschen zu dir gebaut. Ja, ich bin noch nicht weiter nach vorne gekommen. So was haben wir hier? Ist hier irgendwas? Nee, hier ist auch nix. Ey, so ein Scheiß. Hier sind irgendwo Diamanten. Ich raste noch aus, ey. Oder sind die irgendwie entfernt worden, oder so? Nein. Versuch mal den neunten Block auszuwählen und nach oben zu gucken. Genau. Warte, das ist auch wieder nur ein Emerald, oder? Ja, natürlich ist es nur ein Emerald. Hier ist ein Lavasee? Ja, hier ist Obsidian. Hast du hier Obsidian hingekommen? Ja, das weiß ich. Ich bin vor dir. Ah, hier bist du. Okay. Ja, hallo. Ich snick mich nur die ganze Zeit, weil ich schlau bin. Okay, hier ist ein Emerald. Ist auch wieder so ein Höhensystem? Ja, ich weiß, aber brauchen wir nicht. Brauchen wir überhaupt nicht. Falls jetzt einer sagt, wir können das bei Villager hingegen irgendwas umtauschen. Könnten wir aber... Bann ich ihn von meinem Kanal. Bringt das was? Ganz ehrlich, die Villager, die sind so teuer. Da tauscht man irgendwie 20 Emeralds gegen den Diamanten um oder so. Ja. Oder 200 Weizen. Warte, hier ist auch wieder nur ein Emerald. Ohne Scheiße, ey. Wenn hier so viele Dias wären wie Emeralds, dann wäre das halt... Dann wären wir jetzt schon voll Dias, also. Guck mal, komm mal her. Hier ist ein unerkundetes Höhensystem. Hier ist die Wahrscheinlichkeit. Relativ hoch, dass wir Diamanten finden, weil ich hab... Und hier ist auch Gold. Komm mal ein bisschen zu mir, diesen Rantag. Jo, ich bin schon oben. Ich bin jetzt gerade hinter dir. Ja, ich bin jetzt gerade hinter dir. Du bist überhaupt nicht hinter dir. Doch. Ich bin hier an der Ecke. Ich versuche hier gerade das Eisen mitzunehmen. Ja, versuch dich halt echt einfach die meiste Zeit zu sneaken, weil auch aus der Höhe sieht man relativ gute Namensschilder. Da drüben ist was. Ja, ich weiß. Da leuchtet es, ne? Aber das ist wahrscheinlich nur ein Lavasee. Warte, hier... Oh, hier geht's auch nochmal geil nach unten. Ich geh mal Richtung Lavasee. Sollen wir uns aufteilen? Da sind zwei Creeper. Ich halte es für keine gute Idee, wenn wir uns aufteilen, Marcel. Wirklich für keine gute Idee. Okay. Ich esse erstmal das Rottenflash anstatt meine Steaks. Sollen wir erst hier bei mir in die Richtung lang gehen? Ich bin schon bei dir jetzt. Okay, warte. Wenn du kurz aufhörst zu sneaken, dann finde ich dich auch. Ach da. Ich bin in dem Loch, hallo. Ach da. In dem Loch. Da bist du wieder im Puff. Oh, Entschuldigung. Genau. Oh. Oh. Hier war... Okay. Aber dann... Dann lass uns da gar nicht hingehen, weil das ist das Höhlensystem, wo schon jemand war. Komm, wir gehen wieder zurück. Aber da unten war noch keiner. Hm? Da unten war niemand. Nur hier oben lang sind welche gegangen. Sicher, dass da keiner war? Ja. Da unten ist nichts. Da sind Monster... Komm, lass uns lieber in die... Dann lass uns doch lieber in die andere Richtung gehen, okay? Warte mal. Weil ich glaub da unten... Da war bestimmt schon einer. Ohne Scheiß. Oh. Oh, das ist... Oh. Ich meine, guck dir das mal an. Welcher Höhe sind wir denn? 22. Ja, wir sind schon wieder viel zu hoch. Auch auf der Höhe kannst du Diamanten finden. Das ist nur ein bisschen unwahrscheinlich, ja. Aber ohne Scheiß, ich geh lieber durch unerkundete Höhensysteme, als jetzt irgendwo da unten zu verrocknen. Zu meinen Strip. Okay, die werden in 60 Sekunden gekickt. Okay, das ist gut. Das ist gut. Warte, hier ist Lappes-Lappes... Wir brauchen... Ne, wir brauchen nicht Lappes-Lappes. Wir sind noch nicht in der 1,8, ne? Ne, wofür denn? Ach so, zum Enchanten? Ja, ja. So, warte, hier ist auch noch mal Gold. Auf jeden Fall Gold, mit dem ich... Jo, ich komm noch mal zurück zu dir. Ich würde das so fallen, wenn wir uns einen OP-Gold-Apfel machen könnten. Das wäre so geil. Oh, Scheiße. So, ich habe jetzt schon wieder 8 Gold. Wie viel hast du bei dir? Mhm. 5. Du hast ja das meiste... Nee, 15. Ja, siehst du? Oh, die werden jetzt alle gekickt. Ja gut, dann können wir jetzt ein bisschen in Ruhe. Was zur Hölle hat mich gerade abgeschossen. Ohne Scheiß, ich hab... Das ist so komisch. Ja. Ich geh mal hier oben lang. Äh, da waren wir, genau. Ja, da wirst du nix mehr finden, das kannst du vergessen. Ich hab nur geguckt... Ich geh wieder diesen Weg zurück. Diesen Weg zurück. Weg zurück. Ja, den Weg zurück. Wo du dann lang gehen wolltest. Hier ist auf jeden Fall Gold. Hier hinten. Das ist sehr schön. So, hier oben... Alter, ich hab einfach eben wieder gedacht, ich hab ein Namenschild gesehen. Ich bekomm hier so Paras. Äh, das kennen wir ja schon. Meine Nerven! Meine Nerven! Ja, halt den Mund. Das durfte ich ja nicht nehmen. Ja. Hättest du einen Strike bekommen. Hast du Kohle? Hä, warst du hier hinten schon und hast ausge... Ja, ich hab Kohle. Kannst du mir mal die Kohle geben, bitte? Guck mal, hier ist doch auch überall Kohle. Oh! Bau doch einfach bisschen was ab. Aber ich hab eigentlich keine... Waren wir hier... Warst du hier hinten und hast ausgeleuchtet? Nee, ich war noch nicht so weit. Ich bin eigentlich... Ich dachte eigentlich... Du meinst, das ist der Lavasee gewesen. Dann ist das hier auch schon. Na, dann war hier auch schon wieder jemand, ey. Oh, ohne Scheiß. Da hat sich auch jemand hochgebaut, oder waren wir das? Das ist so ne Treppe nach oben. Okay, wir kommen... Ich glaub, hier war auch... Ich wette, die sind hier wahrscheinlich einfach ohne Fackeln durch. Wo ist ne Treppe nach oben? Da hinten ist so ne Treppe nach oben. Ich wette, wenn hier jemand war, ist er wahrscheinlich sogar ohne Fackeln lang gegangen. Weil die meisten... Die stellen halt ihre Gamma so hoch, dass sie in Hüllen ohne Fackeln sehen können. Weißt du, das machen viele Leute. Mhm. Aber ich find das halt leicht gay irgendwie, weil es halt voll... Ja, ich find's... Es ist jetzt nicht Cheating, aber... Ich mag das nicht. Ähm, das bedeutet, dass hier wahrscheinlich... Ja, wir werden Stripmine müssen. Da führt uns nichts... Da führt kein Weg dran vorbei, Marcel. Okay. Das ist halt schon... Boah, das ist so scheiße. Ich hasse Stripmine. Komm, lass uns die nach unten gehen. Hier ist so ein großer, gefluteter Lava. Okay, hier war schon überall jemand. Gib dir das mal. Gib dir das ohne Scheiß. Wenn hier irgendwo Dias waren, sind die alle weg. Boah, ich raste aus, ey. Aber das ist gigantisch hier. Das ist ja, und wenn hier irgendwo irgendwelche Diamanten waren... Da waren... Guck mal, 100% waren da bei diesem Lava-CD, hast du die sich da jemand langgebaut hat. Die sind aber schon weg jetzt. 100%ig. Ja, natürlich sind die weg. Dann lass uns da bei diesem großen Obsidiensee anzufangen, Strip zu minen. Äh, anfangs Strip zu minen. Wir können eh erstmal einen Chunk weiterlaufen. Hä? Wie meinst du das? Ja, weil wenn hier Diamanten sind, dann sind hier... Ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass hier noch mehr sind. Naja. Ich geh jetzt einfach mal in die Richtung hier. Okay. Mach das und ich grab mich wieder ein bisschen weiter links von dir lang. So. Warte. Ähm, grab mal bitte kurz wie... Marcel, komm mal ein bisschen zurück. Yo. Yo, yo, yo. Grab mal... Grab mal so weit wie du kannst in diese Richtung mit deiner Spitzhacke. Ich skick, ich kill grad oder mach du das so. Ähm. In welche Richtung jetzt? Ja, in meine. Ich will gucken, wie weit ich den Gang graben muss. Damit wir möglichst effizient arbeiten. Ich weiß gar nicht, was ich wegschmeißen kann. Grab doch einfach die Steine weg. Nein, ich hab grad... So weit wie du... Oh, du Idiot von da aus, wenn du da stehst. Ach so. Bleib da stehen und versuch so weit wie möglich was abzubauen. Ja, bis da wo du stehst gerade. Bis hier, bis hier hin. Genau. So, dann kann ich von hier bis... Äh... Da hinten. Das heißt, ich fang jetzt da hinten an den Gang zu graben. Und sollten wir mit möglichst größer Wahrscheinlichkeit was finden, hoffe ich mal. Oh Gott. Doch, wir werden schon gekickt gleich. Okay. Ach Leute, das ist echt scheiße, dass wir hier keine Dias finden. Aber was soll man machen? Das ist halt jetzt das Blöde, weil wir am zweiten Tag... Wir hätten wahrscheinlich am zweiten Tag einfach noch mehr aufnehmen sollen. Aber ohne Scheiß, diese Serveröffnungszeiten gehen mir so gegen den Piss. Das kotzt mich so an, wie die Öffnungszeiten hier sind. Einerseits sind Öffnungszeiten gut, aber diese Zeiten hier, die sind so komisch gewählt. Ich komm gar nicht mit denen klar, ey. Gar nicht. Ach, ich dachte gerade, da wären welche. Echt? Das war aber Redstone. Ich hab mich voll erschrocken gerade. Na gut, dann werden wir nächste Woche schauen, weil ich wahrscheinlich auch noch ein Script meinen. Nächste Folge. Ich seh schon, mir ist zu langweilig. Ich verspreche mich einfach die ganze Zeit. Ähm. Ja. Mal schauen, was wir dann noch machen, ne. Ja, aber ich denk mal, das wird relativ schnell gehen jetzt. Ich hoff's einfach mal. Oh, mein Spitzhack ist schon im Arsch. Ach, wie schön. Meine auch bald. Na gut, dann sag ich jetzt schon mal, bis zur nächsten Folge, ne, wenn's wieder heißt. Ja, ich auch. Suga. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tudel- tschüss. Bye. Tudel- tschüss. Cheers. Cheers.